so willkommen zurück zu let's play äh, Fable Lines ich musste gerade überlegen was ich spiele toll oh man keines unserer Gesetze reicht jaja, mir öffnet mich so, ich wollte, ich will ich sollte erstmal nach ner Quest gucken Arena Quest vielleicht mal Ausbilden wäre vielleicht auch ganz gut Kaufen Tempo List erhöht eure Heimlichkeit und verbessert eure Handelsfertigkeit mhm 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 Ui, sieht nice aus ich bin aber kein Zauberer nett Leben heulen mhm Ui, mehrfach fein nett joh gefällt mir mhm da wollte ich flach, das ist mir nicht mhm 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 ach, wo ist es denn wo ist es denn wo ist es denn nein mit Schutz war es nicht wo waren noch mal in diese blöden Höhlen genau Land mhm 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 eigentlich hasse ich die Hoppel und deswegen hab ich sie jetzt auch so lange ausgelassen haha mhm 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 bist du das? Nein, ich weiße Hector Oh, James ist mein Enkel Ihr müsst ihn finden Er ist mein letzter Verwandter So ein hilfsbereiter Junge Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde Ich wusste es Er ist wieder in diese Höhlen gegangen Ich weiß es einfach mhm Was er da sah, hat ihm letztes Mal allerdings einen gehörigen Schrecken eingejagt Aber er brachte Gold mit zurück Oh Und als er dort war, hat er noch was gefunden Ich weiß nicht, wofür es ist Es könnte aber nützlich sein Ich bin hier Such ihn Such ihn Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ihm etwas zugestoßen wäre Jetzt krieg ich es umsonst zu den Nutten Juhu Nein Scherz Ja Also Hauptsache Ähm Warn die nochmal Ich glaub die waren gleich um die Ecke Glaub ich 50 Die Tür Die Versuche ist auch nebenbei zu machen Obwohl ich, ich glaube, 15, 15 so Aufladungen des Blödes, ich will hier mal 10 Punkte, wenn ich da durch bin. Schön, versaut. Wo kommt er auf einmal her? Das war auch nicht weiter. Sperrt. Sperrt. Geh, mir, weg. Geht. Oh, verklebt. Ich schreie. Wir schreiten da so. Hüllen, seid in Raum. Interesting. Ui. Hallo, meine Freunde. Ihr seid irgendwie so viele. Ich bin hier drüben. Ich bin hier drüben. Ja, noch nicht. Geh, ihr, weg, weg. Ich bin hier drüben. Die Schlechte sagt Aua! Ah, die Kacke! Und so weiter was ruhig gar nicht mehr! Ach, die Kacke! Und so weiter was ruhig gar nicht mehr! Oh, 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 oh! Wie kann man wohl, dass der Typ in Käfig näher? Ich bin hier drüben! Du bitte, lass mir nicht raus! Ich muss nicht mehr ruhig werden! Steh! 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 Ich sollte sterben! Mann! Nicht einfach sterben! Danke Kumpel! War ich peinlich von diesen Hops geschnappt zu werden! Die Jungs und ich haben in den Höhlen Schätze gesucht! Laut den Legenden sind sie voll davon! Und gut geschützt! Die haben uns gefangen und in Käfige gesteckt! Seitdem bringen sie einen nach dem anderen weg! Keine Ahnung, was sie mit dem Rest gemacht haben! Aber ich hab grauenhafte Schreie gehört! Aber je weniger Leute, desto größer der Anteil, oder? Also suchen wir gemeinsam! Äh... Nein! Ich brauch dich nicht! Du wirst mir nur einen Weg rumstehen! Ehe so zwei Minuten Hilfe schreien! Das würde mich total wahnsinnig machen! Bei Leuten wie dick krieg ich Pickel! Bei Leuten wie dick krieg ich Pickel! Oh! Oh! Und ich darf nicht schon mal! Versucht aber nicht, die Pickel noch näher zu bekommen! Ah, lief das doch! So! Ich höre was! Ich höre wieder was! Oh! Was tue ich denn? Autsch! Es gibt keinen Cap Warum nicht J Antonio? Stimmt! Oh, 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 oh.